Musik Ende Oktober ist Halloween angesagt, auch auf dem warmen Madagaskar-Dorfplatz im Tropen-Aquarium Hagenbeck. Die Tierpfleger haben einiges vorbereitet und das haben auch die elf Katas gemerkt. Gespannt stürmen sie am frühen Morgen aus ihrem Nachtquartier. Vorneweg erobert das älteste Weibchen den ersten Kürbis, denn bei den Katas herrschen die Frauen. Herbstliche Dekorationen mit getrockneten Maispflanzen, dekorativen Strohmännchen, duftenden Heubeilen und jeder Menge Kürbisse sollen denen die Muren den Alltag versüßen. Das Besondere ist, dass sie zu den Halbaffen gehören. Alle Halbaffen kommen aus Madagaskar vor. Unsere Katas sind dämmerungsaktiv, die meisten Halbaffen sind aber nachtaktiv. Das erkennt man daran an den großen Augen. So, dass sie sich einfach perfekt an die Dunkelheit dran gewöhnt haben. Und heute haben wir, weil ja bald Halloween ist, haben wir die Kürbisse vorbereitet. Die sind ausgehöhlt, Gesichter sind reingeschnitten und da habe ich vorhin Leckerlis reingetan, damit sie sich die rausangeln müssen. Und wie man es ja gesehen hat, haben wir es super gemacht. Als erstes war die Dicke dran, das ist das ranghöchste Weibchen, die heißt Dicke. Die hat natürlich, war gleich an erster Stelle und hat geguckt und danach kamen dann die anderen dran und haben auch alles untersucht. Die geringelte Schwanz macht die Halbaffen unverwechselbar, auch wenn sie damit nicht greifen können, sondern sich abstützen und ihre waghalsigen Sprünge ausbalancieren. Die meditativ anmutende Sitzhaltung ist typisch für die Muren. Auch die Presse hat ihren Spaß beim Termin mit Cutters und Kürbissen, der ruhig und harmonisch verläuft, obwohl gerade jetzt die eher unruhige Paarungszeit der Cutters beginnt. Die enge Sozialstruktur dieser Primaten wird sowohl bei der Körperpflege deutlich, die sich nicht nach einer Rangordnung richtet, oder auch beim Schlafen, wenn alle Tiere eng zusammengekuschelt beieinander liegen. Berührungsängste kennen Hagenbecks Cutters kaum. Jedes Jahr im März kommen hier ein bis zwei Jungtiere zur Welt, die nur federleichte 50 bis 70 Gramm schwer sind. Und bei so viel delikaten Leckerbissen hält sich sogar der Futterneid in Grenzen. und bei so viel der Schlafen in der 55 bin. So sehr viel der Futterneid in Grenzen ist. So sehr viel der Schlafen.